Erlenbach am Main ist die größte Stadt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Sie liegt im Nordwesten Bayerns bei Miltenberg. Die Stadt beherbergt eines der beiden Krankenhäuser des Landkreises Miltenberg und ist bekannt für ihre Weine. Erlenbach war vor 25 Jahren die jüngste Stadt des Freistaates Bayern. Geografie Erlenbach liegt in Unterfranken am Main-Viereck in der Nähe von Aschaffenburg. Erlenbach am Main hat drei Stadtteile. Erlenbach am Main, Mechenhard, Streit Seit 1. August 2008 gehört die Gemarkung Hoherberg zum Stadtgebiet. Nach Bar gemeinten Name, Etymologie Seinen Namen hat Erlenbach von einem in der Nähe fließenden gleichnamigen Erlenbach. Wo dieser genau verläuft ist nicht bekannt, da er wohl heute einen anderen Namen trägt. Weil Wörth am Main ursprünglich auch Erlenbach hieß, kann sich der namensgebende Bach auch auf der anderen Main-Seite befinden. Der heutige Zusatz am Main unterscheidet Erlenbach von weiteren gleichnamigen Orten. Frühere Schreibweisen des Ortes aus diversen historischen Karten und Urkunden Geschichte Wann die Region von Menschen in Besitz genommen wurde, liegt im Dunkel der Geschichte. Im Jahre 1876 wurden vier Hügelgräber aus der Brosse-Zeit entdeckt. 1981 wurden zwei typische Urnengräber aus der Zeit um 1.000 zu 800 v. C.H.R. gefunden. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung reichte das römische Imperium bis an den Main. Der Nasse Limes, die Ostgrenze des Reiches, wurde mit Kastellen abgesichert. Um den Römern auszuweichen, verlagerten die germanischen Stämme auf der gegenüberliegenden rechten Main-Seite ihr Siedlungsgebiet nach Osten. Als das römische Reich zerfiel sollte es noch viele Jahre dauern, bis die Franken 531 in das Mainland vordrangen und ihrerseits Siedlungen gründeten. Die ersten Erlenbacher Höfe wurden wahrscheinlich erst zwischen 800 und 950 N. C.H.R. errichtet. Um das Jahr 1183 verlieh Kaiser Friedrich Barbarossa dem Ort Erlenbach die Marktgerechtigkeit. Die kaiserliche Auszeichnung wurde mit einem Markt- und Freiheitszeichen optisch zum Ausdruck gebracht. Es zeigt ein großes Kreuz, auf dessen Spitze ein Hahn steht. Am Querbalken ist einseitig aufragend eine Hand auf der anderen Seite abwärts gerichtet, ein Schwert befestigt. Die nach oben zeigende Hand machte deutlich, dass die Bewohner des Ortes Erlenbach unter dem besonderen Schutz des Kaisers standen und dass jeder, der dem Zuwider handelte, damit rechnen musste, mit dem Schwert des Herrschers gerichtet zu werden. Im Jahr 1862 wurde das Bezirksamt Obernburg gebildet, auf dessen Verwaltungsgebiet Erlenbach lag. Wie überall im Deutschen Reich wurde 1939 die Bezeichnung Landkreis eingeführt. Erlenbach war nun eine der 35 Gemeinden im Landkreis Obernburg am Main. Mit Auflösung des Landkreises Obernburg kam Erlenbach 1972 in den neu gebildeten Landkreis Miltenberg. Das im Jahr 1953 dem Markt Erlenbach am Main neu verliehene Wappen basiert auf zwei Siegeln, die das Dorfgericht Erlenbach nachweislich in der Zeit 1722 bis 1810 führte und deren Bilder sich entsprachen. Beide Siegel zeigten einen gekrönten Doppeladler, der in der rechten Klaue den Reichssapfel mit Kreuz und in der linken Klaue ein Schwert hält. Über den Adlerköpfen schwebte ein Kurfürstenhut. Unterhalb der Adlerköpfe befanden sich die Buchstaben E und B. Neben den katholischen Kirchen Sankt, Peter und Paul Sankt, Josef Sankt, Josef Sankt, Carl Borromeos findet sich noch die evangelische Martin-Luther-Kirche. Seit Januar 2007 gibt es hier die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Erlenbach. Außerdem gibt es für die islamische Gemeinde seit 1965 eine Moschee der DITIB. Die früh selbstständigen und landwirtschaftlich geprägten kleinen Nachbargemeinden Mechenhardt und Streit wurden am 1. Januar 1976 bzw. am 1. Mai 1978 eingegliedert. Zum 1. August 2008 wurde das gemeindefreie Gebiet Hohe Berg eingemeindet. Rathaus, Frankenhalle, Kirche Sankt, Peter und Paul, Weinberge am Mainufer, Politik. Der Stadtrat besteht aus 24 Mitgliedern, die sich seit der Kommunalwahl vom 16. März 2014 wie folgt auf die Parteien oder Listen aufteilen. Erster Bürgermeister ist Michael Berninger, der zweite Bürgermeister Werner Hillerich und der dritte Bürgermeister Wolfgang Großmann. Städtepartnerschaften Erlenbach am Main unterhält Partnerschaften mit dem französischen Saint-Maurice-Departement Val-de-Marne, dem schweizerischen Erlenbach am Zürich im Kanton Zürich und seit Juni 2012 mit dem schweizerischen Erlenbach im Simmental. Kultur und Sehenswürdigkeiten Das kulturelle Leben in Erlenbach hat viele Gesichter. Die renovierte Frankenhalle bietet die Bühne für Theater, Musicals und Konzerte. Eine weitere kulturelle Bereicherung ist die Kinopassage, die seit 1979 als Programmkino etabliert ist. Nicht zu vergessen sind schließlich die vielen Feste und Märkte, die ebenso zum kulturellen Leben gehören. Auch wenn wahrscheinlich schon die Römer die Weinrebe ins Main-Tal brachten, wird der Weinbau in Erlenbach erst 1000 Jahre später durch eine Urkunde vom 2. Januar 1261 erstmals belegt. Erlenbach liegt seit 1990 am fränkischen Rotwein-Wanderweg. Hauptartikel, siehe auch, Persönlichkeiten Hauptartikel Der Bahnhof Erlenbach liegt an der Main-Talbahn. Durch den Ort führt die Staatsstraße 2309. Kurioses Bei Erlenbach findet sich auf der rechten Main-Seite ein besonders sandhaltiger Boden. Dieser war Grundlage für den Ortsnicknamen Sandhasen, der auch für die Elsenfelder, Röllfelder und Ferne auch die Bewohner von Karl am Main im Landkreis Aschaffenburg genutzt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017